Die Medienwelt steht einfach nicht still. Deshalb wird jetzt wieder eingeordnet. Hier ist der kleine Medientalk bei GutenBatti. Und hier ist der große Alex Schindler. Der Medientalk mit Alex und Frank. Einen schönen guten Morgen, Alex Schindler. Wo hört man mich eigentlich? Natürlich hört man dich. Und man sieht dich auch. Hört man mich besser als sonst. Keine Ahnung. Hat man dich letztes Mal nicht gut gehört. Ich weiß nicht. Ja, kommt doch immer hier, dass ich so leise wäre. Ja, das höre ich mir jetzt die letzten Tage mal an, dass ich immer leiser bin als sie. Aber egal. Du weißt ja, wir müssen uns heute auf jeden Fall wieder biefen, weil du hast ja sehr viele tolle, positive Kommentare bekommen nach unserem letzten Talk, nachdem du dich ganz offiziell dazu hast breitschlagen lassen, zu äußern, dass das Thema Mike Zies auserzählt ist. Deswegen wollen wir heute gar nicht darüber sprechen, damit du nicht wieder gut und schlecht... Und trotzdem fängst du mit an. Nein, das musste natürlich nur kurz sein. Sorry. Und ich muss kurz sagen, für alle da draußen, die irgendwie alle gesagt haben, die dich ja echt gefeiert haben auf Trash-Seiten, bist du markiert worden auf Instagram. Du wurdest gefeiert, gefeiert, gefeiert. Man kann mich markieren? Echt? Ja, ja. Wüsste ich gar nicht. Und ja, ja, du warst mit Hashtag Alex Schindler und Hashtag Medientalk und alles Mögliche warst du markiert auf verschiedenen Seiten. Und man hat dich gefeiert. Und darf ich kurz sagen, Alex und ich kennen uns seit über 15 Jahren oder rund 15 Jahren. Und alles, was wir hier tun, auch das wird immer mit einem gewissen Augenzwinkern natürlich passieren. Und ich liebe es immer, wenn ich mich mit ihm ein bisschen fetzen kann. Das machen wir auch, seitdem wir hier in der Öffentlichkeit Dinge tun. Und deswegen, Leute, einfach mal ein bisschen gepflegter durch die Hose atmen. So, schönen guten Morgen, lieber Alex. Wie hast du... Oh mein Gott. Bitte was? Ja. Oh mein Gott. Wir haben ja... Hast du noch einen Mikrofon? Wir haben ja gestern... Wir haben Borsi und ich oder ich aber wieder auch schon wieder einen Shitstorm eingefangen. Hast du mitgekriegt? Nee. Und zwar ging es darum... Ich habe gearbeitet. Du, das ist mittlerweile auch meine Arbeit. Mag man kaum glauben. Und es ging um Günther Jauch und Wer wird Millionär? Am Pfingsten liefen ja zwei Folgen. Sonntag und Montag. Nein, die habe ich nicht gesehen, leider. Genau. Und da ging es darum, dass eine Arztgatten zu Gast war. Und der Ehemann ist Arzt. Und zwar im Bereich der Intimchirurgie bei Frauen. Ja, das kommt vor an. Genau. Und Herr Jauch hat sozusagen, vielleicht kennst du das, er kriegt ja auf seinem Display immer sehr gerne aus der Redaktion noch irgendwelche Sachen draufgeschrieben, die er mal fragen kann und so weiter. Oder Kommunikation zwischen Regie, Redaktion und ihm. Und dann sollte er gewisse Sachen nachfragen zur Intimchirurgie. Das wollte er dann nicht. Hat er sozusagen öffentlich gesagt, hier, wollen Sie mal wissen, was die Dödel mir hier auf dem Bildschirm geschrieben haben? Und so weiter. Und hat dann wieder wirklich so ein paar Sachen nachgefragt. Und der Doc hat dann so ein bisschen erzählt, was er macht. Nämlich, dass Frauen, wenn sie zu lange Schamlippen haben, innere Schamlippen, wenn die zu lang sind, dass es zu Problemen führen kann, wie auch immer, dass die chirurgisch behandelt werden und so weiter. Das war also sozusagen Pfingstmontagabend zur Primetime-Thema bei RTL mit Herrn Güterio und das haben Boris und ich gestern besprochen. Und man hat uns wirklich in der Tat in Kommentaren unterstellt, wir werden oversext und untervögelt und wir würden ständig Schmuddel-Talk machen und haben doch letztendlich nichts anderes getan, als wiedergegeben, was am Abend zuvor Thema bei RTL war. Und ich glaube, hätten wir es nicht gestern schon besprochen, hätten auch wir das besprechen können, oder? Also ich finde das jetzt, ganz kurz deine Meinung dazu, findest du das verwerflich, dass wir das besprechen? Wo ist das, ja, ist das denn wichtig, was ein Intimarzt macht? Ist das jetzt was Besonderes, oder? Na, mir geht es darum, dass das, mir ging es einfach darum, dass das ausführlich in aller Breite einfach zur Primetime in einer Familiensendung besprochen wird. In einer Quiz-Sendung, die ja nun einfach nichts mit der Thematik zu tun hat. Ja, das, was du mir gerade erzählst, hört sich ja so an, als wenn das sehr, sehr sachlich und sehr, sehr wissenschaftlich ist. Nein, 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 also wenn der Arzt sowas sagt wie, nach der Operation laufen die Frauen gerne wie Pinguine rum oder wie John Wayne und so weiter, also sachlich weiß ich nicht. Okay. Wenn der Jauch dann so Sachen sagt wie, diese Fragen kommen mir sehr schwer über die Lippen, also ich sag mal so, sachlich, naja, gut. Ja, ist dann der doch dann, wie ist er mittlerweile, der ist auch schon 70, Günther Jauch, oder? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, meine Frau fragte mich vor kurzem auch und ich hätte jetzt getippt, zweite Hälfte 60er, ob er wirklich über 70 ist, weiß ich gar nicht. Ja, es ist halt, ich stecke dem ihm halt immer noch ein Lausbuch weg. Weißt du, was Günther Jauch selber mal gesagt hat, wo sein Name herkommt? Nein. Und zwar, der Name Jauch kommt von Guch und Guch war früher der Dorfdepp. Okay. Ja. Ich muss mal ganz kurz gucken, siehst du irgendwie, siehst du das Ausgangsbild, dass wir hier irgendwie mein kleines Fenster da mit bei dir haben, ich weiß gar nicht warum. Ja, das ist hier mein Zini. Genau. Genau. Kennt, glaube ich, auch noch kaum einer mehr. Spaß am Dienstag, 80er und 90er Jahre, genau. Also ich habe, also es ist tatsächlich ein bisschen was passiert, ne? Ja. Also zum einen muss man unbedingt mal drüber sprechen, AstroTV wird endlich eingestellt, ja? Ja, aber nur linear, also online geht es ja weiter, das muss man sagen. Ja, ach so, okay. Schade, weil AstroTV ist ja was, wo ich immer sage, du bist ja einer, der da auch wie bei 9 Live immer gesagt hat, das ist Abzocke, der wird betrogen und so weiter, da werden Leute in eine Art Sucht gezogen. Und ich habe immer gesagt, naja, das sind halt, das sind doch erwachsene Leute, die da anrufen, ne? Das ist wie bei Kanaltele Medial, ne? Das ist dieser Esoterik-Quatsch, ne? Da hat ja auch Jan Böhmermann vor ein, zwei Wochen eine tolle Sendung drüber gemacht. Und ich tue mich da einfach hart so ein bisschen mit der Bewertung, ob jetzt AstroTV einfach so, das ist genauso wie so Hellseherei, so auf dem Jahrmarkt, ja? Bist du auch selber schuld, wenn du dein Geld da anlässt, dann. Weil so Karten legen, da hat das einen Spaß gemacht. Ja, kann man, natürlich, kann man so sehen, auf der anderen Seite, bloß weil jemand mündig ist und volljährig ist, heißt es ja nicht, dass er nicht leicht erreichbar ist, in eine Art Sucht zu verfallen. Ähnlich wie bei 9 Live, das hat ja nichts damit zu tun, dass du nicht trotzdem geschäftsmündig bist. Aber trotzdem vielleicht einfach schnell in eine Art Sucht verfallen kannst und auch, wie im Falle 9 Live, bei AstroTV vielleicht sogar noch mehr Menschen es gab, die wirklich für tausende Euro monatlich telefoniert haben. Vor allem auch, weil sie sich hier sehr daran geklammert haben, dass sie ein positiveres Leben führen können, was natürlich ein Widerspruch in sich ist. Wenn jemand anruft und sagt, leg mir doch mal die Karten und sag mir, wann es in der Kasse wieder klingelt, ich aber erstmal 500 Euro Telefonkosten habe, um bei AstroTV durchzukommen, das ist so ein bisschen ein Widerspruch in sich, ne? Oder wann finde ich meinen Traumpartner? Ja, warte doch noch ein halbes Jahr, dann wirst du den kennenlernen. Geh doch einfach raus, geh doch mal in einen Café, geh doch Samstagabend mal wieder raus. Lern doch Menschen kennen, da ist doch die Chance viel größer, dass du jemanden passendes kennenlernst, als dass du zu Hause sitzt und dich mit Markelle telefonisch verbinden lässt bei AstroTV oder mit... Sag mal, du kennst schon die Namen, ich kenne nur Hildur oder Hildur, wie die heißt, von Kalkofe. Ähm, Zini, ja, Zini war, äh, hat man, hat man, hat man, äh, das Wuslon, ja, und zwar einfach so ein, so ein, so ein technisch, ein analog, äh, technischer Lichtpunkt, der so hinter sich hergezogen hat. War ganz ruhig, hat mich schon als Kind fasziniert, dieses Teil, vor allem, weil man es, weil es nie stehen geblieben ist, ja. Genau, ihr könnt uns gerne mal in den Chat reinschreiben, was denkt ihr über AstroTV, habt ihr da schon mal angerufen, wie denkt ihr über Esoterik und Kartenlegen im Allgemeinen, ist das für euch Betrug? Es fehlen ja auch so Begriffe wie Scharlatanerie in den letzten Tagen und so weiter. Und man muss ja sagen, der Kollege Kreimer, ja, hat in der Mediatheke, äh, gerade letztes Wochenende zum Aus von, von AstroTV einen schönen Beitrag gemacht und, ähm, jemanden gezeigt, der wirklich da saß und, äh, wirklich so, äh, okay, du möchtest gerne wissen, wann du deine nächste, deine nächste Liebe findest, stöhnt ein bisschen vor sich hin, also nicht mal Karten legen oder, oder, oder Astrologie, sondern stöhnt vor sich hin, atmet ganz tief und sagt, ich zieh jetzt die Chakren hier raus, dein Liebeschakra, in drei Monaten, in drei Monaten wirst du jemanden, da musst du sagen, sorry, also da reden wir doch eindeutig von Betrug und das sage ich hier auch gerne so offen, sorry, also. Ja, also, sag mal so, ich bin, äh, ich bin der Wissenschaft verschrieben und total. Hier, Ines hat geschrieben, Günther Jauch wird 68 in diesem Jahr, also unter 70. Ja, hätte ich ihn ja, hätte ich ihn tatsächlich älter eingeschätzt mittlerweile. Wir haben total viele Themen diese Woche, ja, äh, also AstroTV hört auf, super, oder zumindest, ja, super, ein Kanal weniger, ähm, wo sie dann quasi dann ihren, ihren, äh, Sprachsinn verbreiten können. Dann, ähm, Frank Klassberg, äh, der frühere Moderator von Hard, aber fair, hört, möchte aufhören zu produzieren und, äh, gibt entsprechend seine Firma auf. Da hätte ich ja, das habe ich dir ja schon gesagt, da hast du aber leider nicht drauf geantwortet, da hätte ich ja mal gern Boris Meinung als, äh, Fernsehschaffender, äh, mal gerne gehört, ja. Denn es bedeutet nämlich auch, also man muss dazu sagen, das Hard, aber fair, von Frank Klassberg und, äh, seinem Geschäftspartner Jürgen Schulte, die haben gemeinsam diese Produktionsfirma Ansagen und Schlipselmann, der Name ist Programm in dem Fall, na, weil, äh, ja, Frank Klassberg, der Ansager, dann immer in diesem Konstrukt war und eben, äh, Jürgen Schulte, der, der Mann im Hintergrund für, äh, für die Produktion und, äh, nach etwa 20 Jahren, wenn es die Produktionsführung gab, möchte er sich quasi zurückziehen und damit gibt er auch die Firma auf. So, und das bedeutet aber auch offenbar, ähm, so wie man liest, dass aus für 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und alle dazwischen und außerhalb. Ich muss mal kurz nachfragen, aber war das nicht so, dass Klammrot eh gesagt hat, er wolle selber produzieren und sich von der Platzbankfirma trennen? Ja, ja, das ist, äh, Klammrot als neuen Moderator produziert selber mit, äh, mit seiner Firma, äh, Florida Factual, also, das sind auch die Geschäftsfreunde von, äh, Joko und Klaas da mit im Spiel. Das finde ich ist auch gerechtfertigt, weil die Firma Ansagen und Schlipselmann hat ja noch andere, ähm, andere, äh, TV-Produktionen, ähm, durchgeführt. Und, aber dass jetzt einfach sich dann Frank Plasberg selber zurückzieht und damit dann eben, also zumindest wirkt es auf mich nicht so, äh, und dann sind wir wieder beim Thema, ähm, Firma Gründen ist immer das eine, und, äh, man liest leider nicht mehr. Das ist, äh, mag sein, dass da irgendwie eine soziale Überführung, ein neues Firmenkonstrukt gemacht wird, konnte man bisher aber nicht lesen. Also mich würde mal interessieren, was passiert mit diesen 20 Leuten, die da gearbeitet haben, nur weil Frank Plasberg quasi keinen Bock mehr hat, eine Firma weiterzuführen. Und, äh, ich finde, das gehört auch zur unternehmerischen Verantwortung dazu. Wie gesagt, der hätte mich jetzt mal, ähm, die Meinung von Boris interessiert. Aber hat er sich nicht generell, er hat sich doch, hat er nicht gesagt, ich bin mehr oder weniger in Rente, ich ziehe mich komplett zurück und es ist dann nicht legitim, auch seine Geschäftsfelder zu beenden? Ja, muss man doch nicht die Firma dicht machen. Warum, wenn man sich zurückzieht, sagt ich möchte nicht mehr, warum? Ja, dann findet man eine nachfolgebar. Ich finde, man hat als Unternehmer eine Verantwortung für Mitarbeiter. Er hat Kohle geschäffelt ohne Ende mit dieser Firma, ja, und ich finde, dann hat man auch eine Verantwortung für seine Mitarbeiter. Das würde einem Trigema, äh, Wolfgang Krupp nie passieren, ja. Die Verantwortung, die kann man gern mal auch dann in andere Hände legen, da hätte man dann ja auch jetzt noch ein bisschen Zeit gehabt, einen Nachfolger eben, ähm, zu etablieren, der dann eben dann die Geschäfte übernimmt. Aber ich finde, die Firma dicht machen und nochmal unter Vorbehalt, ich habe bisher nichts anderes gelesen, ja, äh, bedeutet, dass das aus für 20 Leute. Und das macht's, macht's ein bisschen unsympathisch. Mag sein, dass die quasi in, in anderen Konstrukten dann gleich Unterschlupf hin und dass da Kontakte vermittelt werden, keine Ahnung. Aber erst mal zu sagen, ja, ich, ich, ich möchte zwar noch, ich moderiere zwar hin und wieder noch, aber ich möchte nicht mehr produzieren. Ja, Herrgott, nochmal, du hast eine Firma extra gegründet. Also, und es ist ja nicht so, als wenn die irgendwie Insolvenz angemeldet hätte, sondern, äh, also die Aussage von Frank Blasberger, er möchte nicht mehr. So, und das finde ich, also, hart, aber fair, wenn Politik auch Wirklichkeit trifft, ja. Hart, aber unfair in diesem Falle. Ich, ich finde, als Unternehmer hat man eine Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und, ähm, da kann man ja einfach sagen, so, jetzt weil ich keine Lust mehr habe, mache ich jetzt die Firma zu. So, da hätte man, äh, also das, äh, so nach dem Motto, solange die Sendung mit ihm selber gut liefen, ist alles okay, ja, und jetzt, äh, ähm, sind da Entscheidungen getroffen worden, die jetzt ihm nicht gepasst haben, das macht ja die Firma dicht. Das gefällt mir nicht, ja, ähm, und vielleicht finden, vielleicht gibt's mal irgendwann noch weitere Mitteilungen, die das Ganze ein bisschen aufklären. Wie gesagt, das, was ich gelesen habe, ähm, war eben, eben das, dass die Firma dadurch jetzt quasi geflossen wird. So, wir haben doch mehr Themen. Genau. Na, ich möchte, bitte, möchte, bitte auch den Chat immer wieder einbinden. Ja, das stimmt. Da hat zum Beispiel Sunny geschrieben, ich finde, also auf AstroTV nochmal, äh, bezogen, ich finde, ist traurig, wenn Menschen verurteilt werden, die das Bedürfnis haben, dort anzurufen. Denn scheinbar geht es ihnen nicht gut und sie wollen sich, ähm, sicher oder besser fühlen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das auf uns bezogen war. Verurteilt haben wir die Anrufer jetzt nicht, finde ich. Ähm, aber trotz allem, ähm, habe ich ja gesagt, dass es Menschen gibt, die einfach natürlich der Gefahr ausgesetzt sind, ähm, dort in eine Art Sucht zu geraten, natürlich. Und dass es da viele Menschen gibt, die da viele, viele hohe Telefonkosten, äh, verursacht haben, aus der sie schwer wieder rausgekommen sind. Ähm, das ist ja unbestreitbar, ähm, der... Da möchte ich noch was zu sagen, ähm, also ich bin ja der Auffassung, die Leute, die sind, äh, selber so ein bisschen auch verantwortlich, was sie machen, wobei man trotzdem sagen muss, also, ähm, quasi, äh, die Situation dieser Menschen eben auszunutzt und das ist die Schweinerei bei AstroTV und eben auch bei 9Live, das ist wieder was anderes, ja. Ähm, und man muss aber auch sagen, ähm, es gibt mittlerweile, äh, andere Plattformen, seriöse Plattformen, auch, äh, Online Selbsthilfegruppen und so weiter und so fort, ja. Ähm, ähm, also seriöse Online Selbsthilfegruppen, wo Leute, denen es nicht gut geht, Hilfe finden. Ähm, und es hat gerade jemand geschrieben, am Ende sogar kannst du ja auch jederzeit die Telefonseelsorge anrufen, die eventuell besser qualifiziert ist, als jemand bei AstroTV, wenn man so ehrlich sagt. Genau, also ich zweifle an, dass eben Leute AstroTV, äh, äh, brauchen und dass AstroTV den, den Hintergedanken hat, dass es Leuten danach dann besser geht. Also ich glaube, das kann man so ein bisschen abhaken. Dann hat er kennengeschrieben, er hat mal eine Selbsterfahrung gemacht, hat mich selber mal bei AstroTV angerufen, 15 Anrufversuche hat es gebraucht, bis er durchgekommen ist, als ihm der Astrologe dann angesprochen hat, mit wen darf ich denn begrüßen, hat er wieder aufgelegt, ganz schnell. Äh, kennst du auch, du hast bei 9Live, bist ja auch mal durchgekommen, also ich kenne das ja auch, äh, ganz in den Anfangszeiten, als es noch TM3 und die Umwandlung zu 9Live war, habe ich in der Tat, äh, einige Monate lang auch recht häufig mal gewonnen bei TM3 und 9Live, also wir wissen durchaus, dass das Durchkommen zumindest funktioniert. Du kennst das auch, ne? Ja, ja, ich bin, ich bin da auch mal durchgekommen und ich habe da gar nicht so viele Anrufe gebraucht, also ich habe mich nicht verschuldet dadurch. Also ich, ich zweifle an, dass ich mehr als ein Zehner ausgegeben habe dafür. Mhm, genau. Dann hat Dagmar geschrieben zum Thema Plusback und seine, das Beenden, Beenden seiner Firma. Finde aber auch heute mal, äh, sozusagen einen gescheiten Firmennachfolger. Ich glaube, das ist in der Fernsehbranche möglich. Okay. Also ich glaube, es ist in der Fernsehbranche möglich. Man sieht ja auch, wie Louis Klamroth es geschafft hat, als ehemaliger Redaktionsleiter eine eigene Firma zu gründen und mit eben der Florida einen brauchbaren Partner zu finden. Und, ähm, das ist, das ist durchaus möglich. Das findest du aber natürlich im Handwerk, im Bäckerhandwerk, in der Metzgerei, beim Friseur. Sowas findest du ja natürlich nicht mehr, weil du da, weil du da, äh, in, 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 in Punkto Einkommen von ganz anderen wesentlich niedrigen Zahlen sprichst. Aber im Fernsehgeschäft ist das durchaus möglich. Mhm, genau. Was hast du noch für Themen vorbereitet? Ja, ähm, ich muss ein bisschen an die Eile halten. Ähm, es war die Angerkommen letzte Woche wieder da ganz. Wir haben ja auch schon einige Male darüber diskutiert. Auch da hätte mich, äh, die Meinung von Boris mal interessiert. Ähm, und zwar alleine die Beitragsstabilität ist ein Wettbewerbsvorteil. Das ist ein, äh, Zitat, der, äh, bezüglich des 40-jährigen Jubiläums des Privatfernsehens, ähm, gefallen ist. Ja. Und auch, auch wieder wurde darüber diskutiert. Und da ist es, da wird es wahrscheinlich auch so ein bisschen hoch hergehen im Chat mit, äh, den, äh, Beiträgen von ARD und ZDF. Ähm, die, sag doch mal ihr, ne? Also, ich möchte nicht sagen, man zahlt gerne für irgendwas, ne? Aber ich, ich glaube, ähm, man, was man durchaus sagen kann, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, finde ich, ist schon ein Gewinn für Deutschland. Ähm, dass wir einen so gut ausgebauten öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Jeder, der schon mal im Ausland irgendwie gelebt hat, weiß, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ähm, äh, dort aussieht und was dort geboten wird. Und was man alles nur über private Kanäle empfangen kann, was für uns selbstverständlich ist, auf ARD und ZDF zu sehen. Und, ähm, ähm, ja, ich sehe immer noch das Problem darin, äh, es wird ja immer noch kritisiert, dieser Rundfunkauftrag, ja? Äh, ARD und ZDF, äh, die, die, KF, die Kommission, ähm, schlecht jetzt wahrscheinlich vor dem Beitrag um 50 Cent, glaube ich, zu erhöhen. Ist das, bin ich da doch so richtig drin? Ja. Und das ist ja für viele Politiker schon wieder zu hoch, ja? Obwohl er jetzt wirklich über, über viele Jahre hin stabil blieb. Ähm, und... Wobei es aber immer wieder Thema war im letzten Jahr. Es war, verging fast kein Jahr, wo nicht über eine Erhöhung gesprochen wurde, wohlgemerkt, ne? Ja, die, ähm, genau einmal das, ja? Und ja, es wird alles teurer, es werden auch die Produktionskosten teurer. Und ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich auch reformieren. Ich habe da in der Vergangenheit schon einige Male, ähm, erzählt, dass die Strukturen bei ARD und ZDF, diese Föderalstrukturen, ähm, sind politisch und zeitlich total überholt. Und da könnte man locker einspannen. Aber es ist jetzt gerade so, wie es ist. Ähm, aber es wird ja immer wieder kritisiert hier, dass, äh, ja, Unterhaltung ist was für die Privaten. Ne, das stimmt gar nicht. Äh, auch Unterhaltung ist Teil des Rundfunkauftrags. Und gerade da wegen sich ja wieder die, äh, Ministerpräsidenten der Länder auf. Ähm, die haben es doch in der Verantwortung. Die liegen doch, äh, im, im Rundfunkstaatsvertrag fest, was der Programmauftrag von ARD und ZDF ist. Und, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich hätte jetzt da mal gern Boris dazu, äh, mal befragt, äh, was er dazu, äh, wie er dazu steht. Weil ich zahle gern diese 18 Euro irgendwas. Ich nicht. Ja. Und Dagmar übrigens auch nicht. Dagmar schreibt, äh, sie findet es eine Frechheit, äh, für etwas zahlen zu müssen, was sie niemals bestellen würde. Wer das sehen will, kann es ja bestellen und bezahlen. Aber diese Entmündigung, dass ich das muss, finde ich eine Frechheit. Und das sehe ich ähnlich. Ähm, wenn ich das sehen möchte, bezahle ich da gerne für und würde es wahrscheinlich auch tun. Aber dass ich dazu gezwungen werde, das finde ich scheiße. Ja, das ist aber leider Gottes, äh, dann Pay-TV, ne, von was du sprichst. Ja, und? Aber ist das nicht, ist das nicht mittlerweile, erklär mich kurz auf, äh, mit der BBC ähnlich, äh, geregelt oder so? Ich weiß nicht. Nee, nee, du musst nicht, ich glaube nicht. Aber ich glaube, es gab zumindest da mal, äh, irgendwie Konstellationen, keine Ahnung, aber, äh. Auch die Österreicher müssen trotzdem ihre Gebühren zahlen und das Signal ist zwar verschlüsselt, ja, aber du musst trotzdem um die Gebühren zahlen. Ja, aber das macht es ja nicht richtiger. Also, ich glaube nicht. Aber das, aber das ist, äh, das ist die öffentlich-rechtliche Grundversorgung, unabhängig von irgendwelchen wirtschaftlichen Begehr, ähm, wird uns eben, äh, Programm, Information, Unterhaltung, Sport, ähm, Kultur zur Verfügung gestellt und zwar auf allen bespielbaren Kanälen für 18,50 Euro. 18,36 Euro. Und auf die, und auf die können, und auf die können wir uns auch verlassen. Die wird immer da sein. Und die wird immer in diese, in diese, ähm, sicherlich nicht politischen Ausgewogenheit, also das ist noch ein anderes Thema, das auf jeden Fall debattierfähig ist, aber es ist vorhanden. Und, äh, ohne dass, ähm, ohne dass da ein Procter und Gamble und ein, äh, Mondelez oder ein Nestlé, ähm, in der Gestalt Einfluss drauf nehmen kann, dass er sagt, ey, wenn ihr das zeigt oder wenn ihr das nicht zeigt, ja, dann, dann entziehen wir euch den Millionen, äh, äh, Werbevertrag dann. Und, ähm, davon ist eben ARD und ZDF nicht abhängig. So, und da bin ich ehrlich gesagt froh drum. Und, ja, aber da, sorry, also ich sehe auch im Chat, ähm, also da wird zum Beispiel noch geschrieben, es geht, also es sind übrigens 18,36 Euro aktuell, nicht 18,50. Ähm, äh, da geht es gar nicht um die Höhe, sondern darum, dass man mir das aufzwingt. So sieht's aus. Dann schreibt Himbeergeschmack, die können ihre Sender ja auch schließlich auf On-Demand umstellen, also Pay-TV, so machen es schließlich, äh, Netflix, Amazon, äh, Prime, äh, Disney, etc. Ja, ebenso. Wer dann unbedingt öffentlich-rechtlich sind will, kann ja ein Abo abschließen. Genau, so sehe ich's in der Tat auch. Wie gesagt, ich, äh, sag ja nicht, dass ich's nicht, äh, äh, sehen würde wollen, aber, ähm, äh, zum einen finde ich auch ganz merkwürdig, ja, es wurde durchaus entschlackt und es wurde durchaus Kosten eingespart. Es gibt Magazine in den dritten Programmen, die mittlerweile weggefallen sind aus Spargründen. Aus Spargründen fällt aber weiterhin nicht weg, dass jede ARD-Anstalt vier bis fünf Radiosender hat, die es nicht braucht, äh, dass jede kleine Butze, selbst Radio Bremen ein drittes Programm braucht, die wunderbar mit dem NDR fusionieren könnte, ebenso der SWR mit dem SR zum Beispiel. Äh, also es gibt durchaus noch viele, viele Möglichkeiten, Potenzial, um einzusparen. Es reicht zum Beispiel, wenn's um die Info-Radio-Kanäle geht, da brauchst du einen deutschlandweiten Infosender, da brauch ich nicht NDR Info, da brauch ich nicht BR aktuell und so weiter und so weiter. Also da, äh, finde ich, gibt es ein wunderbares Korrespondentennetzwerk, was man deutschlandweit nutzen kann auf einem Sender. Es braucht nicht jede ARD-Anstalt ein Popradio, ein mittlerweile digital ausgesondert Schlagersender, äh, und so weiter und so weiter. Also ich finde, ohne dass ich das jetzt genau beziffern kann, kannst du prozentual noch wunderbar einsparen und dann braucht es auch keine Erhöhung. Man kann, man kann definitiv noch einsparen, das sollte man auch. Definitiv. Und diese Reformbemühungen, die gehen mir auch noch nicht weit genug. Ähm, ähm, aber nochmal, ähm, öffentlich-rechtlicher Grundträger, da ist auch viel mehr die Politik eben gefragt und die Politik kann durchaus sagen, ähm, Freunde, äh, wir machen jetzt nur noch ein, äh, drittes Programm Nord, drittes Programm Süd, drittes Programm Ost, drittes Programm West zum Beispiel. So, das sind unsere drei Regionaldinger, drei Regionalstationen und, ähm, der Mitteldeutsche Rundfunk macht's ja vor, da hat ja auch nicht jedes einzelne Bundesland, Sachsen-Anhalt, Sachsen-Thüringen, die haben ja nicht, äh, drei eigenständige Sender, sondern, ähm, das ist ja der Mitteldeutsche Rundfunk und, äh, da funktioniert's ja auch. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber ich bleib dabei, äh, jetzt, das interessiert mich hier noch, O-O-Hauer, ja, ich finde, GIZ ist Nötigung, also, ich glaub, auch der Begriff von Nötigung sollte da mal definiert sein, das Angebot ist beleidigend jeglicher Intelligenz. Ja, beschreib doch mal, schreib doch mal, warum ist das, äh, Angebot beleidigend jeglicher Intelligenz? Ich finde zum Beispiel, dass das, was Harald Lesch macht, was offensichtlich im Privaten, im Privatfernsehen nie funktionieren kann mit Terra X und seiner neuen Sendung jetzt, äh, Terra X, Harald Lesch, ähm, das finde ich ist unfassbar wertvoll. Ähm, ich, ich finde auch in, in Teilen der Unterhaltung, und man, man kann sich da über, 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 über Böhmermann und die Heute Show streiten oder über die Anstalt, das sind alles Sachen, die im Privaten nicht funktionieren würden. Ich finde, die leisten da bei einem, insbesondere die Anstalt oder die Heute Show, einen großen Beitrag einfach unterhalten und auch Informationen, ähm, für, für, für junge Leute. Äh, ich finde, dass da unfassbar viel dabei ist, was es eben wert ist, und das sind alles Sachen, die es nicht geben würde, wenn es eben nicht diese öffentlich-rechtliche Grundversorgung ist, weil die Privatsender sagen, na, rentiert sich halt nicht, obwohl die super Quoten machen. Warum, warum hat RTL quasi keine Satire-Sendung im Programm? Warum hat ProSiebenSat1 keine Satire-Sendung im Programm? Obwohl es auf dem ZDF super läuft, ne? Warum hat sich, warum hat sich RTL, äh, nicht Böhmermann, äh, geschnappt, als er dann, als er jahrelang vom, im Spatenprogramm nicht rauskam, ne? So, da gibt's, das sind rein, das sind wirtschaftliche Gründe für RTL und für ProSiebenSat1. Und, ähm, und ich finde, es ist schon sehr gut, dass es eben auch, äh, durch die öffentlich-rechtliche Grundversorgung eine wirtschaftlich unabhängige Instanz eben gibt. Ja, aber der Punkt ist doch wirklich, im Punkt Grund, Grundversorgung, wenn ich mal 20, 25 Jahre zurückblicke, also ich gehe jetzt gar nicht mal auf 30, 40 Jahre, 20, 25 Jahre zurück, da war es gesetzt, dass am Sonntagabend um 22 Uhr im ZDF Faszination Musik mit klassischer Musik zum Beispiel um 22, 23 Uhr gesendet wurde. Das war über Jahrzehnte in den 80er, 90ern und auch in den 2000ern gesetzt zum Beispiel, dass das Kultur angesagt war, dass im Bereich Filme am Samstag, Sonntag, Nachmittag alte deutsche Filme gezeigt werden, auch das mittlerweile abgeschafft worden. Das findest du nochmal in den dritten Programm, sonntags morgens um sechs vielleicht, oder wenn es ein spezielles Jubiläum gibt und so. Aber auch die kulturellen Aufträge, wie gerade erwähnt, klassische Konzerte oder Talk mit einem gewissen kulturellen Anspruch, ein Kulturtalk und all diese Dinge, wenn du dir gerade ARD und ZDF anschaust, wirst du mit Mainstream zugeballert. Krimis, Talks, Quizshows, Soaps, Telenovelas, Kochsendungen von morgens bis abends. Das, was früher in den dritten Programmen eine Spielwiese war, um sich auszuprobieren. Ob es ein Harald Schmidt war, der sich im West 3, im damaligen WDR-Fernsehen sich ausprobieren durfte, dann in die ARD gekommen ist. Ebenso Sendungen wie die Montagsmaler, die erst im dritten Programm stattgefunden haben mit Frank Elstern, bevor sie in die ARD gekommen sind. Musiksendungen wie die Plattenküche und so weiter, die erst im dritten Programm, selbst sowas wie ein Herz und eine Seele, ja, ist erst im dritten Programm des WDRs gelaufen, bevor es irgendwann in die ARD gekommen ist. Was ist mittlerweile Inhalt der dritten Programme? Zu 90 Prozent Wiederholungen der ARD-Sendungen, wie halt Telenovelas, Serien und Quizshows und aber auch, ja, regionale Berichterstattung, ja, aber zu einem sehr prozentual kleinen Anteil. Ich gehöre auch zu denen, die übrigens sagen, gerne die dritten Programme drei, vier Stunden lang am Tag senden lassen mit ihrer Kernaufgabe. Aber ich brauche nicht 15 Mal Wiederholungen von Sturm der Liebe in den dritten Programm. Und Sturm der Liebe läuft in jedem der dritten Programme in der Wiederholung. Habe ich ja gesagt, habe ich ja gesagt. Aber sag mal was zum Thema Spielwiese, drittes Programm. Also ich finde das, was übrigens, womit ZDF Neo mal gestartet ist. ZDF Neo ist mal gestartet als, wir wollen die Spielwiese des ZDF sein. Auch das gibt es ja seit zehn Jahren nicht mehr so in der Form. Das ist nicht richtig. Also zum Beispiel mit Tobi Schmidt zum Beispiel ist das wieder ein neues Spielwiese geschaffen worden, der da recht erfolgreich ist und der sich jetzt dann auch über ZDF Neo einen Namen macht. Wollen wir uns mal das Programm von ZDF Neo angucken, von morgens bis abends. Das besteht aus Kochsendungen. Das war vorher auch schon so. Nein, als sie gestartet sind, nein, das ist nicht korrekt, als sie 2010 glaube ich war es oder 11 oder 9 gestartet sind, da kann ich mich noch super dran erinnern, war das 80, 90, damals nicht. Heute, ja. Und seit ein paar Jahren, ja. Und Krimis jeden Abend, Wiederholung, 2015, ja. Und immer dieselben Filme. Damals gab es sowas wie den Straßenchor, eine Eigenproduktion, war direkt zum Anfang gesetzt, wo sie Menschen begleitet haben in einer Doku-Soap oder in einem Doku-Tainment-Format, die auf der Straße als Obdachlose leben und sich zu einem Chor, ich glaube in Hamburg oder in Berlin war das, zusammengefunden haben und mit Heinz Rudolf Kunz am Ende sogar eine CD aufgenommen haben. Da gab es Formate aus dem Ausland, die erstmals als Erstausstrahlung dort gesendet wurden. Das war noch keine Abspielstation des ZDFs. Da irrst du. Also, ich muss noch ein bisschen auf die Tugel drücken. Du hast mir jetzt meine Überleitung schon kaputt gemacht, da hast du gerade Kochshows. Ja, so viel zum Thema. Sat.1 hat jetzt eine neue Kochshow gestartet mit Johann Lafer. Die geslappt ist. Also, was ganz toll, was die Privaten auf die Beine stellen, was schon vor 20 Jahren quasi bei ZDF schon langsamer ausklingend war. Das ist die tolle Innovation bei Sat.1. Hui, 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 sage ich da mal nur. Dann hört Eckart von Hirschhausen auf. Ja, der verlässt anscheinend... Nee, 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 nee. Er verlässt das Show-Terrain, aber nicht das Fernsehen. Ah, okay. Aber er will im Bereich Show nichts mehr machen. Also, ja. Dann gibt es noch... Ach, es ist ganz, ganz viel passiert. Aber darf ich mal kurz sagen, ich finde zum Beispiel Hirschhausens Reportagen, die es hin und wieder gibt. Also, er hat ja zu Thementagen, wenn die ARD Thementage hat, um Demenz ging es zum Beispiel mal und so weiter, finde ich Hirschhausens Reportagen ganz toll. ADHS, meine ich, hat er auch eine Reportage gemacht. Willst du die meiste Privaten machen? Dafür gibt es aber Wallraff und Co., wo du dir vor zehn Jahren auch noch nicht hättest vorstellen können, dass es bei RTL um 20.15 Uhr gesendet wird. Also... Ja, das stimmt allerdings. So, ähm, Kathi Hummels, äh, Björn Höcke will Kathi Hummels ansteigen. Ja, nee, ist schon erledigt, haben wir heute mit Boris schon besprochen. Die Staatsanwaltschaft hat sich mittlerweile dazu geäußert und hat gesagt, äh, der Anfangsverdacht ist nicht gegeben. Sie hat es direkt gelöscht, sie hat sich davon distanziert, sie hat gesagt, äh, dass sie nicht gewusst hat und so weiter. Im Gegensatz zur Höcke, der Geschichtslehrer ist, wo gemerkt, äh, und so weiter. Und die Staatsanwaltschaft wird nicht ermitteln, also das Thema ist vom Tisch. Und die NDR Talkshow konnte am Freitag, ähm, nur über Instagram, über ein Handy gestreamt werden, da, äh, beim Norddeutschen Rundfunk gestreikt worden ist. Habt ihr euch das angeguckt? Das war das, diese tausendste, tausendste Folge, Jubiläum? Die haben sie gezeigt. Das war aber eine Wiederholung. Ach so, das hab ich gerne mitbekommen. Und wenn man auf Instagram geguckt hat, da hat dann jemand mit dem Handy dann im Endeffekt diese ganze Talkrunde gefilmt. Das fand ich, und das fand ich total hübsch. Das ist erstes Mal super, Panem, äh, noch nicht mal Showbeleuchtung. Es war einfach nur so ein Haldenlicht eben angeschaltet, also keine, äh, keine Effektbeleuchtung. Jemand hat es einfach gefilmt. Sie haben trotzdem die Show durchgezogen. Fand ich total toll, dass mal auch mal wieder Fernsehen, ähm, sowas passiert. Ich find's auch schön, dass man das heute dann übers Handy machen kann, äh, dass man dann trotzdem mitgenommen werden kann. Äh, das haben sie schön gemacht. Das hab ich nicht, hab ich nicht mitbekommen. Lass mal ganz kurz, es gibt übrigens auch Fürsprecher für den Öffentlich-Rechtlichen. Sollst du es nicht kennen? Schreibt zum Beispiel, die Leute kaufen ein Kaffee-to-go für 6 Euro, ist aber trotzdem bei den Gebühren fürs TV zu viel verlangt. Ja, aber den Kaffee-to-go kaufe ich mir freiwillig. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, schiefer Vergleich, ja, die Frage ist eher, ähm, was sehe ich in Deutschland? Es ist genauso, wenn ich sage, ähm, ich habe kein Auto, ich fahre kein Auto, warum soll ich, äh, warum sollen meine Steuern bezahlt werden für Straßen, ja, ähm, das, 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 das ist, glaube ich, eher das, ja, ähm, oder ich habe kein Fahrrad, warum soll ich Geld ausgeben für Radwege? Ja, das ist, äh, das gehört, finde ich, auch zu einer öffentlichen Versorgung eben dazu. Das müssen wir bezahlen und, ähm, eigentlich, es ist eigentlich doof geregelt, dass man das, kein Mensch würde sich drüber aufregen, wenn das einfach, äh, als, äh, als Steuer wäre. Aber das wäre dann dieser nicht, eben nicht staatsferne Staatsfunk und, äh, deswegen darf er nicht von Steuern finanzieren, dass inhaltlich eigentlich kaum was anderes ist, ja. Äh, jeder in Deutschland muss eben diese Beiträge zahlen und eigentlich könnte man das durchaus mit Steuern machen. Ich weiß, das ist politisch ein Unterschied, aber, äh, das ist Quatsch. Ich, ich will mal kurz noch einwerfen zum Thema Öffis. Dagmar schreibt, äh, sie geht sogar davon aus, wenn man das Ganze einzelne, einzelne Sendungen abonnieren könnte, on demand, etc., also mit, 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 äh, einzelner Bezahlung würden die Öffis sogar mehr Geld machen, als wie sie mit dem, äh, Rundfunkbeitrag einnehmen. Ne, da gehst, äh, da gehst du definitiv, äh, da gehst du definitiv falsch, ähm, denn, äh, erstens mal ist es nicht, ist es nicht richtig planbar, du kannst, äh, da müssten quasi die, die, die Öffentlich-Rechtlichen privatwirtschaftlich, äh, anders planen, das ist nicht möglich, äh, und, und, und da würden auch, da würde auch wesentlich weniger reingespült werden. Und nochmal, die, äh, der, 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 der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen ist, quasi eine gute Lösung darzustellen, ja, und, äh, nicht in Abhängigkeit, ähm, davon, ob das jetzt quasi abgerufen oder bezahlt wird, weil es quasi einem gewissen Gusto entspricht, das ist nicht, also, da wird dann der Öffentlich-Rechtliche Auftrag falsch verstanden und ich sage aber auch, äh, von den Politikern mittlerweile, die, den, die die Aufgabe haben, den Auftrag festzulegen, auch falsch verstanden wird, denn da hat nämlich jeder seine eigenen Interessen. Du glaubst doch nicht, wenn jetzt, äh, dass, äh, Markus Söder auf seinen Bayerischen Rundfunk verzichten wird, ja, und, ne, also, und... Staats-TV. Genau, genau, oder da, oder dann die Günther, ja, auf den Norddeutschen Rundfunk. Das ist, ähm, da, 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 das ist immer dieses Stück weit Heimat und das flöten hier. Aber bedeutet das am Ende, dass... Die Politiker haben schon eine Abhängigkeit davon. Genau, wollte ich gerade sagen, bedeutet das am Ende, dass du ihnen sozusagen durchaus ein bisschen, äh, unterstellst auch, dass die diesen Politikern sehr zugewandt, äh, berichten? Hm, ne, das nicht, sondern dass die, äh, dass, äh, ähm, die, die Landespräsidenten oder die, die, die Landesminister, Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, ähm, die haben ein Interesse, dass ihr Sender, also der Sender für ihre Leute, für ihre Bürgerinnen und Bürger nicht abgeschafft wird, ne, weil das würde ein unfassbares, negatives Echo hervorrufen, wenn es der NDR in der Form abgeschafft wird, wenn der Bayerische Rundfunk der SWR in der Form abgeschafft wird und dann so vereinheitlicht, äh, im Osten hatten sie diese Ausbau gar nicht, weil da quasi dann aus dem deutschen Fernsehfunk, äh, dann die, der, der mitteldeutsche Rundfunk dann äh, äh, entsprechend heraus, äh, hervorgegangen ist, äh, da hatten sie das Problem nicht, also die waren schon immer in den Bundesländern quasi getrennt und, äh, SFB, ORB sind ja dann auch, haben ja dann auch fusioniert, ich habe ja nicht Spiegel-Fusionen, aber ich sage mal, dieses, äh, diese Fusionen, die haben immer diesen Beigeschmack, äh, dass den Leuten quasi ihr Regionalprogramm weggenommen wird, so und das ist wiederum nicht gut, dann eben, äh, für die dort herrschenden Politiker, das ist einfach so, ne. Okay, hast du noch was am Zettel? Ja, ähm, äh, ich muss es noch auswählen, Moment, äh, und zwar, eigentlich könnte man es noch zum Ende sprechen, äh, über Oliver Pocher, der, hab, oder hab da auch schon drüber gesprochen. Um was geht's? Hast du nicht mitgekriegt, das war dieses SWR 3 Comedy Festival, öffentlich-rechtliches Comedy Festival, äh, und da war einer der Show-Acts eben auch, äh, Oliver Pocher, der offenbar so dermaßen eine, eine Dame im Publikum, äh, ich hab das gerade im Chat ein bisschen gelesen, aber wir haben es gar nicht Thema, ich weiß gar nicht, worum es geht, okay, fühl mich gerne mal ins Thema ein. Ähm, da gibt's jetzt auch, ich kann's mal noch mal vorlesen hier, im Augenblick. So, wo war's denn hier? Nach einem Auftritt von Comedian Oliver Pocher beim SWR Sommerfestival hat sich der Sender nun mit einiger Verzögerung von den Aussagen Pochers distanziert. Derartige verletzende Ausstellung hätte in einem öffentlich-rechtlichen Nichts verloren. Mit Oliver Pocher sollte am Publikum besprochen werden, dass sonst unzureichend versorgt würde. Dieser Versuch sei in diesem Fall bedauerlicherweise völlig misslungen. So, was war passiert? Ich zitiere aus DPL. Pocher arbeitete sich am Wochenende auf dem Stuttgarter Schlossplatz während seines 45-minütigen Programms unter anderem immer wieder in einer Zuschauerin im Publikum ab, die sich meldete, als er fragte, wer noch Single sei. Daraufhin über weitere intime Details aus und kam im Verlauf des Amts immer wieder auf die Frau zu sprechen. Dabei machte sich Pocher über die Frau lustig und stellte sich um. Im Endeffekt hat die Dame, ich sag das jetzt nur deshalb, nee, eigentlich sagt man es nicht. Also es waren schon ein Team mit Details, die aber auch die Dame dann mehr oder weniger ausgeplaudert hat. Haben wir da Beispiele, damit ich so ein bisschen nachempfinden kann? Nee, das kann man nachlesen. Das sind nicht Multiplikator, weil die Dame offensichtlich ein Problem damit hatte und wir jetzt nicht weiter Teil des Problems sein möchten. Aber kann man es ein bisschen umschreiben, dass man sagt, hat er sich über ihre Äußerlichkeit lustig? Nee, 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 nee. Und am Schluss hat sich Oliver Pocher immer, ich sag mal, so angemacht, ja, also so Fake-Verarschen-mäßig angemacht. So und das hat die Dame dann so dermaßen berührt, also es ist ja keine TV-Produktion, deswegen gibt's glaube ich, das Allerschlimmste war eigentlich, dass Oliver Pocher das hat filmen lassen. Die Dame ging dann zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom SWR und hat dann auch gesagt, dass es, sie hatte auch, sie möchte nicht, dass es gezeigt wird und das ist, da hat man ihr auch versichert, dass es keine TV-Produktion war, sondern dass die Kameras nur für die Videoleinwände, für die LED vorhanden waren und das nicht aufgezeichnet worden ist. Und Oliver Pocher hat das aber auf Instagram dann veröffentlicht, ohne irgendwelche Freigaben dann auch dafür zu haben. Das ist ja auch schon mal so eine Geschichte. Also ich muss, wenn ich bei einem Open-Air bin und ich weiß, es ist keine TV-Produktion, muss ich nicht davon achten, dass ich da gefehlt werde und dass es veröffentlicht wird. Also da hat Oliver Pocher schon ein bisschen Scheiße gebaut und ich mag Oliver Pocher echt gerne, weil er eigentlich gute Ansichten hat, aber dann kommt dann immer mal wieder dieser Lausbub dann hervor, der über die Stränge schlägt und unbelehrbar ist. Ich finde, dass du mit der Kategorisierung Lausbub das sehr verharmlost. Sondern ich würde eher sagen, das ist ein Arschlochverhalten. Lausbub klingt nach einem netten Streich und das ist ja kein netter Streich. Das ist ein Arschlochverhalten und das ist ein respektloses Verhalten. Und er ist alt genug, wir sind gleich alt übrigens, er ist auch Baujahr 78 wie ich, und er ist lang genug im Geschäft und weiß, was geht und was nicht geht und er wollte provozieren und das hat er wieder mal getan. Und das ist, finde ich, Lausbub-Verhalten, finde ich da sehr verharmlosend. Ja, also ich würde nicht behaupten, dass es, dass er ein Arschloch ist, aber es ist halt einfach ein Moment, wo er ein Arschlochverhalten kommt. Nö, 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 finde ich nicht. Ich finde nicht, dass er will. Der Chat sieht das ähnlich zumindest. Der Chat sieht das ähnlich, die finden auch, dass es ein Arschlochverhalten. Du brauchst schon diese Bestätigung, ne? Nö, gar nicht, aber ich finde das krass. Also, wie du das verharmlost oder ob du dich nicht in die Situation der Frau hineinversetzen kannst. Moment, das habe ich nicht gesagt. Ich sage nicht, dass das das richtig war. Ich sage auch nicht, dass er sich da nicht arschlochhaft verhalten hat. Das heißt ja nicht, dass er ein overall Arschloch ist. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe von einem Verhalten, Arschlochverhalten gesprochen. Aber wie gesagt, da verstehe ich es einfach nicht. Da verstehe ich ihn einfach nicht. Er hat das wieder nötig. Er hat echt schon viel erreicht. Er ist beruflich erfolgreich. Er wird runterjaufen. Ich glaube, das ist ein Indikator für Erfolg. Schade. Schade, Oliver Pocher. Hätte ich mich freut, wenn du irgendwann in deinem Alter mal sagst, man kommt auch ohne sowas aus. Die Provokation und das, was er da gemacht hat, ist gar nicht, glaube ich, das Problem. Sondern okay, das kann passieren und da kann er sich vertan haben. Aber immer dieses Filmen. Immer dieses Filmen und dann selber veröffentlichen. Wo keiner, kein Redakteur mehr drüber guckt. Keiner mehr eine Abnahme macht. Da ist auch ohne... Also ich vermute, wie gesagt, wenn ich jetzt zu einer Open-Air-Veranstaltung gehe, wo ich weiß, es ist keine TV-Produktion, dann muss ich nicht damit rechnen, dass ich veröffentlicht werde. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar dann einklagbar ist. Aber es ist halt dann veröffentlicht worden schon. Und das ist halt... Also da hätte Oliver Pocher und sein Team, die hätten mal ihr Hirn einschalten können. Wenn die dann auch die Dame dann gesehen haben am Schluss, da hätte man ins Gespräch kommen können. Das haben sie verpasst. Und das macht es dann zu einer Arschloch. Ja. Im Chat wurde gerade gesagt, dass Pocher einfach oftmals das Feingefühl fehlt. Und das, glaube ich, ist vielleicht der Kernpunkt. Kein Gefühl dafür zu haben, wann man drüber ist. Ja. Das ist genau der Punkt. Gibt es in den nächsten Tagen irgendwas medial, auf das du dich freust? Ähm, nee, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Du bist schon so ein bisschen in EM-Vorbereitungsfieber. Ja. Lass mal noch ein bisschen hin, aber... Ja, Garage ist vorbereitet. Wobei, ich sage, es ist bei uns immer so ein bisschen schwierig, weil mit den Kindern und so weiter, dass es klappt. Aber technisch wäre ich vorbereitet. Mal gucken, wie sich dann so die Fußball-EM-Zeit entwickelt. Sehr schön. Und ansonsten, ja, gibt es gerade hier irgendwas Streaming-mäßig, was du empfehlen kannst? Was schaut ihr aktuell gerade? Nee, ich bin momentan so beruflich eingespannt, dass ich tatsächlich momentan recht wenig gucke. Also deswegen, ich momentan auch so ein kleines bisschen Detoxing. Sehr schön. Ist manchmal ja auch ganz, ganz, ganz wichtig. Genau. Ich hoffe, du detoxst nicht so sehr, dass wir uns nicht nächste Woche wiedersehen zum neuen kleinen Medien-Talk. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sage vielen Dank. Bis dann. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Die Medienwelt steht einfach nicht still. Deshalb wird jetzt wieder eingeordnet. Hier ist der kleine Medien-Talk bei GutenBatti. Und hier ist der große Alex Schindler. Der Medien-Talk mit Alex und Frank.